Bei der Caritas-Beratungsstelle in Papenburg finden Hilfesuchende Rat und Unterstützung. Unter anderem, wenn es um das Thema häusliche Gewalt geht. Das ist keine Randerscheinung, sondern Alltagsphänomen. Denn jede dritte Frau in Deutschland wird im Laufe ihres Lebens Opfer häuslicher Gewalt. Und gerade in Corona-Zeiten hat das Ganze noch einmal zugenommen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Genau. Und ganz wichtig, dass Sie sich dessen annehmen als Thema. Wir merken schon einen vermehrten Zulauf. Corona macht große Not, große Angst. Und wir merken eine Zunahme der Kontakt- und auch der Fallzahlen. Wenn wir über wir sprechen, dann ist das Birgit Ritter-Stockkamp und ihr Team hier in Papenburg. Sie ist eine der Anlaufstellen, wie es viele in Deutschland gibt. Wie wir sie aber auch brauchen. Noch einmal, Gewalt gegen Frauen ist Alltag. Da gibt es die körperliche Gewalt. Es gibt die sexualisierte Gewalt. Und es gibt ein neues Gewaltphänomen. Ja, das ist die digitale Gewalt. Die digitale Gewalt ist eine neue Erscheinung, die wir auch erst mal erkennen mussten und auch uns reinknien mussten, weil so fit sind wir gar nicht. Das ist nicht unser Bereich primär. Und wir haben das in Fällen mitbekommen, dass Frauen gesagt haben, Mensch, mein Partner weiß genau, wo ich bin. Oder er droht mir. Und wir haben uns da mal gekümmert. Das ist eine ganz neue Erscheinung. Und es geht natürlich um eins, um Macht und Kontrolle. Und selbst die Polizei musste sich neu damit auseinandersetzen, was ist da möglich. Das sind ganz neue Verfolgungsmethoden der Täter, den Opfern gegenüber. Und ein ganz böses Instrument zum Teil. Sie haben gesagt, Polizei. Das heißt, Sie arbeiten in einem Netzwerk, um passgenaue Lösungen und Hilfen auch anbieten zu können. Denn das kann rechtlicher Art sein, Betretungsverbote beispielsweise. Das kann aber auch finanzieller Art sein. Richtig. Sie sagen es, wir sind super vernetzt. Das ist unsere Stärke. Es ist nicht nur die Polizei. Es ist die BIS-Stelle. Es ist die psychologische Beratungsstelle. Es ist vor allen Dingen auch die Stadt, mit der wir gut zusammenarbeiten. Als Frau Lelonek, Japfander-Stater, ist unsere Gleichstellungsbeauftragte, Frau Schröder. Und wir haben immer einen ganz kurzen Weg, auch ob es die Diakonie ist. Der ist das Rote Kreuz. Wir sind ganz schnell und haben auch viele Gremien miteinander. Und das ist unsere Stärke. Und dieses Netzwerk gibt es für Frauen, die betroffen sind, in ganz Deutschland. Und daran wollen wir erinnern, heute am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dass es Hilfsmöglichkeiten gibt, die übrigens von uns auf Bundesebene auch begleitet und unterstützt werden, auch finanziell unterstützt werden, damit am Ende jede Frau auch Hilfe erhalten kann. Wichtig ist aber, sie auch in Anspruch zu nehmen. Da sind wir alle gefordert und können alle etwas tun, oder? Auch bei der Nachbarin und der guten Freundin, bei der wir vielleicht bemerken, dass etwas nicht in Ordnung ist. Genau. Jeder von uns kann jemanden ansprechen. Am Ende geht Gewalt gegen Frauen uns alle an. Jeder kann etwas tun. Und dann kann geholfen werden, wie hier bei der Caritas-Beratungsstelle in Papenburg. Und in diesem Sinne suchen Sie sich Hilfe.